Mein Name ist Martin Peters, ich komme von der Firma Peters, leite die Firma, bediene schon seit langem einen Case-Grader und bin mit der Maschine sehr gut zufrieden. In meiner Firma haben wir einen Case-Grader 836C, mit dem wir mit zwei Fahrern bedienen. Ich erwarte von dem Grader eine einfache Handhabung der Maschine, einfach zu bedienen, eine sehr sparsame Maschine und dass sie eine sehr übersichtliche Maschine ist, wo der Fahrer auch sehr viel Spaß hat mit zu arbeiten. Also ich bin von der Maschine sehr überzeugt und auch positiv überzeugt. Sie ist sehr übersichtlich von den neuen Komponenten mit der Bedieneinheit, vom Lenksystem und von der Handhabung bin ich sehr positiv überrascht. Die Übersicht verspiegelt, die neue Kamera, das neue Display, sehr einfach gehalten. Ich bin eigentlich im Ganzen gut zufrieden mit der Maschine. Der neue Case-Grader 836D hat meine Erwartung erfüllt.